Hallo liebe Leute, ich habe jetzt noch ein paar Kabelchellen hier oben angebracht. Sollte mir das abgehen hier, fliegt das nicht ganz ab. Ich habe mir das nämlich leid, jedesmal hier ständig zu kleben, die scheiß Dinge. Und dann klebt das doch nicht und dann fällt mir das immer wieder ab. Ja, ich sag mal, das war es erstmal mit meinen Videos. Ähm, nachher natürlich kommen immer wieder neue Videos. Aber, ähm, wie gesagt, das war jetzt erstmal das letzte Video. Und dann, wenn ich wieder Zeit dafür habe und Geduld, dann mache ich auch wieder, kommen auch wieder neue Videos und sowas. Man hat ja nicht immer ständig Zeit und hat auch noch andere Dinge zu tun. Und, naja, wie gesagt, das war es das erstmal. Aber ich habe schon wieder ein Stückchen geschafft, auch mit der Straße hier und sowas. Muss ich euch sagen, ist mir das sehr gut gelungen. Ne, kann ich nicht drüber meckern persönlich. Andere machen das natürlich besser. Aber, ich sag mal so, ich bin sehr zufrieden. Ähm, ja, und dann, ähm, sag ich mal, bis dann. Und vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für die Abonnenten und für die vielen Likes. Ähm, und für die Kommentare, freue ich mich auch immer drüber. Ähm, vielen Dank und, ja. Ja, ihr seht von mir, ne, und von meiner Anlage. Bis dann.